Hallo und herzlich Willkommen bei einem neuen Part von Yoshi's Body Version, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir stehen schon in den Startlöchern. Genau, ich bin auch wieder mit dabei, das glaub ich nicht. Ja, glaub ich, er ist immer wieder mit dabei. Wir gehen... Hey, mach's da. Versteck mich. Okay, ich kann nicht. Oh Mann. Warum geht das nicht? Naja, wir gehen rein in Schalrollen-Schikane. Das klingt irgendwie lustig. Der Shy Guy hinkt da schon an der Wand. Ich bin gespannt, was das ist. Das ist das dritte Level jetzt in der dritten Welt. Was ist das? Asiate? Weiß ich nicht. Oh Mann. Aha. Das sieht ja schon mal richtig cool aus. Oh, wie cool! Das ist ja wie bei Mario. Das ist cool. Hier, bei Mario gibt's ja auch immer diese Wände, wo man so klettern kann. Stimmt. Wo man das dann auch von hinten, also wo man so drehen kann, dass man dahinter ist. Oh, ich würde gerade mal ne Wolle machen. Achso, man kann auch... Aha. Ich kann nicht runterschlucken. Genau, musst du auf dem Boden. Okay. Hast du ne Schleife? Ja. Genau, genau. Achso, hast schon... Ja, war eine gelbe Wolle drin. Oh, das mag ich richtig gerne. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht, finde ich. Ah! Oh Mann. Wer war das? Der kleine Penner da oben. Nein, ich will nicht. Oh, hier ist ähm... Oh, stimmt. Gut gefunden. Ah! Ich schnapp mir den. Lass den. Das ist ja ne Frechheit hier. So, da kann man gar nicht oben drauf stehen. Ich hab gerade versucht, da hoch zu hüpfen. Man kann nur rübergucken. Hallo! Oh Mann. Voll süß! Guck mal! Oh, den will ich seinen Ballon so platzen lassen. Oh, da können wir so gemein sein. Ah! Oh Gott! Sie wollen mich auch spießen! Man kann nur so gemein sein. Auf jeden Fall. Huch! Ah! 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 Und ich kann nicht runterschlucken. Huch! Hast gefesselt. Oh Gott! Ist abgestozt. Hast du noch was? Ne. Sieht nicht so aus, aber ich wollte noch mal was gucken. Oh, das wird noch mal gerutscht. Ui! Guck mal hin. Halt daheim. Uah! Höh! 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 Wir müssen zumindest, dass da nichts ist. Toll! Höh! 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 Oh Mann! Ich glaubала ich noch so weg, ich will noch mal was gucken! Hör sich doch! Hänger dich hier mit dran! Da oben! Kannst du es sehen? Ja. Hier. Da ist noch ne Blume. Oh, sehr schön. Okay. Okay, da ist nichts. Dir auch nicht. Da kann man irgendwie auch nicht rein, oder? Ach, süß. Das sind Propellers. Cool. Ah. Warte mal. Nö. Warte auch nichts. Au. Der ist am Po. Der hatte seine Propelle am Po. Hast du's gesehen? Oh, Mann. Schon wieder so gelb und grün in der Wolle. Vielleicht ist mal ein Schal, Yoshi, weil er jetzt hier die ganze Zeit an diesen Schälen guckt und jetzt halt Schalendinger am Rand klettert. Huch. Huch. Wie sieht es hier aus? Ist ja fein. Da oben aber. Schön. Gut. Ah. Oh. Oh nein. Ah. Oh, meine Arme. Oh, der wurde gekegnet. Oh. Süß. Ach so, wir müssen jetzt was essen, um da werfen zu können. Ich hoffe, er ist noch. Ja, dann esse ich so ein Ding. Oh ja, eine weiße Wolle. Ja, cool. Sehr schön. Aber es kommt hin. Das ist mit den Farben. Gelb, grün, weiß. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Das ist eine Schleife. Ja. Oh, guck mal das. Eine Blume? Bisher haben wir auch alles. Bisher haben wir auch alles. Das ist schon mal gut. Richtig süß im Hintergrund war auch so ein Regenboom. Da haben die sich echt wieder Gedanken gemacht. Echt wieder sehr detailliert. Huch. Ne, du konntest ihn nicht essen. Da war ein letzter Ball. Ein letztes Zeichen. Mein letzter Wille. Hm. Ich brauch die eigentlich gar nicht. Oh. Okay. Oh. Das ist schon mal ein Fragezeichen. Genau, erst den mal. Und dann... ...bitte nach rechts. So, Mann. Ach, und da oben ist jetzt eine Schleife aufgetaucht. Das macht sich gleich auf. Ich dachte, ich komme nicht rüber. Ey. Mann, Mann, warte. Ich fahre raus. Hey. Natürlich nicht. Aua. Frechheit. Sehr schön. Wir kommen wieder raus. Okay. Hi. Sehr schön. Die Kamikaze ist hier wieder. Mann steht fest. Die Arme. Das ist süß. Ich guck einfach mal, ob das ist. Ich will nur gucken, wo es ist. Au. Ich will nur gucken, wo es ist. Ja, da ist was. Warte, ich hol. Mann. Das ist deine Treppe. Achso. Ich bin da rein. Ja. Ah. Dann hast du mit ihr alles zut. Oder was. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Huch? Die tun wir alle? Ja. Und fehlen noch zwei Wolle. Zwei Wolle, ja. Die kann ich werfen. So. Das bin ich nicht. Oh man, wann kommst du jetzt? Wird dich mal da hochwerfen, anders ist für mich gegessen. So, man verwandelt sich da nicht zurück. Von der Röhre sind wir ein Stückchen höher. Okay. Wahrscheinlich alleine würde man ja gar nicht hochkommen. Wahrscheinlich ist da nichts. Oh man, du bist weg. Tada! Oh man. Mann! Dring! Aber hier geht es auch nicht weiter, ne? Nee. Okay. Aber zwei, das ist schon ganz schön... Ich wollte mal was gucken. Und davor dachte ich, komm mit runter. Ja. Ja. Oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ah! Was ist wahr? Ah! Was ist das? Irgendwie nicht. Wir müssen mal schauen, ob da noch irgendwas kommt, oder? Ja. Nicht. Manchmal kommen ja auch zwei kurz nacheinander. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will ja irgendwas vergessen. Mann! Oh Gott! Oh Gott! Propellerköpfe! Mann! Da unten ist auf jeden Fall ne Wolle. Dann wissen wir es schon. Ne. Wir haben alles bisher. Müssen wir nur noch die letzte finden. Was ist das? Was ist das? Ne braune Wolle? Hm. Stimmt, die ist eigentlich nicht nur so schwarz. Oh! Das war gemein! Ich will nicht! Oh! Ich hab mich diesmal gerettet. Ah! Es wird eng! Oh! Oh! Mann! Ich muss mich echt konzentrieren. Es ist gar nicht so einfach wie das aussieht. Da ist die Wolle! Oh nein! Nicht runterfallen! So kam alles. Sehr schön! Auf dem Ziel! Sehr schön! Mit den Schalen ins Ziel! Ich hab ne Blume! Du auch! Oh cool! Oh cool! Ich mochte dieses Level! Oh! Musste man sich echt konzentrieren aber! Das könnte trotzdem so ein Schal werden. Auch wenn wir so ne braune Wolle jetzt machen. Schauen wir mal! Ne weiße hatten wir am Schluss nochmal. Ja. Glaube ich. So guck mal. Genau. Zwei weiße. Eine braune. Ja. Wir gucken mal. Vielleicht der braune wieder für den Sattel wie beim letzten Mal. Ja. Cool. Bisher haben wir alles gut gefunden. Mal gucken was wir im Bonus spielen. Ach was wir dann. Was mit den Wolken fand ich irgendwie ganz cool. Ah! Das war lustig. Ich flieg gerne auf Wolken. Das mach ich auf den immer bei Mario. Ja. Du kriegst immer die Melonen. Ich mein Melonen. Ich gewinn. Nein. Doch. Ich will das nicht. Ey! Die Melonen gibt gar nicht so viele Punkte eigentlich. Die Melonen gibt 300. Es ist trotzdem immer 800 mehr als ich. Ja. Ich bin auch gut. Außer bei dem einen. Nur die Bälle nur. Pst! Davon wissen wir nix. So war ich gut. Warum hat der denn noch einen Hut auf? Weil sie hatte es. Gut. Na welcher Yoshi wird's? Und wir haben wieder einen Trick an Stecker. Alle Trick an Stecker sind unseren Socken. Ich benutze ihn ja nicht. Okay. Ich bin gespannt. Und es wird ein... Es ist ein Schal-Yoshi. Oder? Schal-Yoshi. Genau. Wurde wieder zusammengehebelt. Sehr süß. Sieht cool aus. Den schnapp ich mir gleich. Und so. Genau. Das nächste Level wird wieder ein mittleres Schloss sein. Süß. Juhu. Der ist auch süß. Sehr süß. Genau. Das wird unser nächstes Level sein. Wir hoffen euch hat dieses Level gefallen wieder. Ja. Und Klopperchen ist schon weg gegangen. Der ist schon über alle Berge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Einen Kommentar. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wir hoffen ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Eure Inu WLP. Und euer Klopperchen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.